Das ist eine Karte von Europa. Welche Sprache spricht man in Norwegen? In Norwegen spricht man Norwegisch. Welche ist die Hauptstadt von Norwegen? Sie heißt Oslo. In Schweden spricht man Schwedisch. Welche ist die Hauptstadt von Schweden? Sie heißt Stockholm. In Finnland spricht man Finnisch. Welche ist die Hauptstadt von Finnland? Sie heißt Helsinki. Welche Sprache spricht man in Russland? In Russland spricht man Russisch. Die Hauptstadt von Russland heißt Moskau. Welche Sprache spricht man in Polen? In Polen spricht man Polnisch. Und wie heißt die Hauptstadt von Polen? Sie heißt Warschau.